Du kannst es um mich zu trinken, aber günstig sein. Du zahlst schnell 7,8 Grad, wenn es wieder 1 Stunde ab ist. Ich denke, ich bin Sport. Mein Sport ist hart hier, also offen. Kannst du ihn kommen und ihn überziehen, oder? Wenn du viel bescheissen. Ja. Genau. Und wenn du Sport wohnst. Aber wie lange kann es sein? 2 Stunden? 2 Stunden? Nein, nein. 2 Stunden oder eine halbe oder so. Oder 3 Stunden? Ja. Das ist mein Blitz. Das sind ja von auszahlen. 10 Stunden mit Zeit. Wenn wir jetzt 1 Stunde beziehen, können wir wieder hoffen. Touch or fail. Und sonst ist alles ein Fremdfall.